Wir Kinder sehen die Welt mit anderen Augen. Für uns ist die Frage nach dem, was wir im Leben brauchen, nicht so schwierig, zu beantworten. Nimm doch mal deine Erwachsenenbrille ab. Du wirst sehen, es ist gar nicht so schwer. Es ist sogar kinderleicht. Wir wollen spielen, lernen und Abenteuer erleben. Wir möchten frei sein, beschützt werden und uns geliebt fühlen. Wir möchten gehört werden, mithelfen und mitbestimmen und wollen, dass es uns und allen anderen Menschen gut geht. Sei ehrlich, ist das nicht auch das, was du willst? Sei ehrlich, ist das nicht auch das, was du willst. Sei ehrlich, ist das nicht auch das, was du willst.